Ich bin Heinz Holzer, bin 59 Jahre alt und habe gestern Geburtstag gehabt. Ich stehe der Miet- und Gebrauchtfahrzeugenabteilung am Standard-Wels vor und vertrete den Niederlassungsleiter bei seiner Abwesenheit. Ich habe topmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf die ich mich zu 100% verlassen kann und das ist für mich ganz, ganz wichtig, wenn ich nicht da bin, dass ich weiß, der Betrieb läuft sofort, wie ich es haben will. Die Herausforderungen sind natürlich tagtäglich, dass wir unseren Kunden das Bestmöglichste anbieten können, und die bestmöglichsten Fahrzeuge zu finden und zu suchen. Und es ist immer wieder wichtig, dass wir unsere Ziele neu definieren. Man muss sich jeden Tag neu erfinden und man muss jeden Tag sein Bestes geben. Es sind viele außergewöhnliche Sachen, passiert natürlich in diesen fast 30 Jahren Betriebszugehörigkeit. Aber eines sticht natürlich schon heraus, das war im Jahr 2013, als wir eine Anfrage bekommen haben aus Italien über 70 Stück mit Kühlfahrzeugen und die hatten wir vermietet bis 2022. Also man kann sagen, neun Jahre durchgehend vermietet. Das war sicher eines der herausragendsten Aktionen, was wir bei Schwarzmüller gehabt haben. Für uns alle ist es wichtig, dass wir unseren Beitrag zum Gesamterfolg der Firma Schwarzmüller beitragen können. Und das ist oberste Priorität. Und aus dem Grund ist es wichtig, dass wir uns jeden Tag immer wieder neu motivieren, dass wir das Ziel auch erreichen, dass wir, wie gesagt, unseren Beitrag leisten können. Ich arbeite gerne bei der Firma Schwarzmüller, weil ich gerne bei einem Premium-Anbieter arbeite und ich möchte von den Besten arbeiten. Schwarzmüller ist wie eine große Familie, wo jeder für jeden da ist.